Die Welt da draußen ist gefährlich, Will. Es gibt Genome und Trolle und Zigeuner. Nur ein Idiot wäre hier allein unterwegs. Wir hassen sich alle. Nur eins verbindet sie. Sie hassen Elfen noch mehr. Ich bin ein Halbelf. Ich habe am Lauf teilgenommen. Und habe gewonnen. Als König erhebe ich euch in den Orden der Erwählten. Der Elkris ist mehr als nur ein Baum. Solange er lebt, sind die Dämonen hinter einer unüberwindlichen Bannmauer gefangen. Ihr seid jetzt die Hüter des Baumes. Der Elkris stirbt. Das Ende ist nah. Jedes Blatt steht für einen Dämonen. Wenn sie erst mal fallen, werden die Kreaturen aus der Verfremdung ausbrechen. Einer nach dem anderen. Es hat begonnen. Sie sind alle tot. Eine ist noch am Leben. Als die einzige Überlebende der Erwählten, ist sie eure einzige Hoffnung. Du bist ein Channera, Will. Wenn du gelernt hast, die Magie der Elfensteine zu beherrschen, haben die Dämonen keine Chance. Lasst die dunklen Tage enden. Entdeckung! Wir müssen jetzt los! Die vier Lande sind in großer Gefahr. Ihr drei. Ihr könnt sie retten. Und dann geht es lieber auf. Und dann geht es noch mal. Und dann geht es noch ein Channera. Alles kann das um auf den Weg gehen. Und dann geht es noch mal. Und dann geht es noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020